Hallo liebes Equitana Team, ich bin die Nicole Riedmeier von Nikis Pony Bande und das wird mein Bewerbungsvideo für Problemlösung mit Lugternissen, lösende Arbeit mit Pantackel und duale Aktivierung mit Michael Geitner. Ich besitze eine 6-jährige deutsche Reitponystute, ein Cremello, immer befindet sich noch in vollem Wachstum, weil sie leider eine Spendentwicklerin ist. Unser größtes Problem ist die immer wieder mangelnde Tragkraftentfaltung, weil sie doch leider immer noch wächst. Und das andere Problem ist die in der Bodenarbeit immer mal wieder mangelnde Konzentration. So, vielleicht können wir die beiden Ausbilder ja Tipps und Tricks verraten, wie wir das etwas besser in den Griff kriegen und das Pony weiter reifen lassen können. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.